Musik 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 Säg, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Bubble Time. Episode Nummer 9 ist heute am Start und es wird mal wieder eine Episode, in der ich über ein paar Themen reden werde. Wenn es euch gefällt, lasst doch einen Daumen nach oben dauernd ich bitte um rege Teilnahme in den Kommentaren. Das heißt, schreibt mir eure Meinung zu den ganzen verschiedenen Themen in die Kommentare. Ich lese mir das immer ganz gerne durch. Eine Bitte habe ich aber an euch und zwar ist das folgende, es geht mir tierisch auf den Sack, das von mir immer gefordert wird, Max, du musst objektiv sein, Max, du musst einfach objektiv sein, du darfst auf keinen Fall eine Vereinsbrille aufhaben und dann bin ich objektiv, das ist ein Bericht über Themen, über die ich normalerweise nicht sprechen würde und dann heißt es, ja Max hier, Zieler ist scheiße, Hannover ist scheiße, du bist scheiße, deine Meinung ist scheiße, alles ist scheiße, Ronaldo ist ein arroganter Hurensohn, Zieler ist ein arroganter Hurensohn, alles arrogante Hurensohne und so weiter und so fort. Es geht mir tierisch auf die Ehe, dass ihr euch nicht vernünftig äußern könnt. Mir wird immer vorgeworfen, Max, du kannst dich nur mit Beleidigungen wehren und so weiter und so fort. Ey, das geht mir so auf den Keks, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ne? Ich bin nicht verpflichtet dazu, irgendwelche Videos für euch zu machen, werdet euch darüber endlich mal klar. Das heißt, wenn ihr mich abfuckt, dann werdet ihr entweder gebannt oder ich höre einfach auf Videos zu machen, das ist einfach so, ja? Auch, dass ich immer ein Video anspreche, ich mache das immer auf Facebook, schreibe ich das immer, aber da lesen es ja weniger, beziehungsweise da lesen es ja nicht alle. Das heißt, wenn ihr dieses Video hier seht, geht mir nicht auf den Sack, ja? Ich habe die komplette Gewalt darüber, ich kann das einfach aufhören, ja? Ich bin nicht verpflichtet, hier Videos zu machen. Und wenn ich einfach so abgefuckt bin, beziehungsweise ich die ganze Zeit nur hier irgendwie angemacht werde oder sowas, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Ich weiß, dass ihr gerne provoziert, ja? Das merke ich auch. Und wenn ich dann die Kommentare durchlese, dann habe ich einfach teilweise wirklich so eine Sache wie, Max, du hast ihn hier richtig informiert. Oder weil Junuzovic am Wochenende zwei Vorlagen gemacht hat, ja, er ist für internationalen Fußball geeignet. Ich habe meine Meinung, ich werde meine Meinung äußern, ja? Ja, wenn Junuzovic irgendwann bei einem guten Team spielt, ja gut, ich bin der Meinung, dass er momentan noch nicht auf dem Stand ist. Er kann sich ja weiterentwickeln. Genauso die Geschichte beispielsweise, dass Zieler bei 96 bleiben sollte, weil er zu schlecht wäre für jeden anderen Verein. Dass Spieler wie Horn und so weiter und sofort vor ihm stehen würden. Warum ist er, da muss man nicht drüber reden, da will ich auch gar nicht drüber reden. Aber das ist einfach nur pure Provokation, das geht mir tierisch auf die Eier. Auch Zieler ist eine Bratwurst. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Leno hat auch am Wochenende einen Fehler gemacht. Das war cool. Er ist Leno dann jetzt auch scheiße. Dieses Provozieren von euch geht mir auf die Eier und das nervt. Das wirklich nervt. Ich habe übrigens beispielsweise von Marcus, das habe ich schon vor fünf Tagen gelesen, musste ja auch zustimmen, er ist kein Ausnahmespieler. Und was ihn halt wertvoll macht, ist seine Laufstärke. Ich habe nie was dagegen gesagt, dass er wertvoll ist für Bremen. Ich habe nie dagegen gesagt, dass er ein guter Spieler ist. Aber er ist halt kein Ausnahmespieler. Wie beispielsweise Pogba, über den ich heute reden sollte, aber das nicht tun werde. Ich habe mir zwei, drei Themen rausgesucht. Natürlich sind wieder die Bundesliga-Tipps dabei. Und ihr dürft auch meine Tipps nicht allzu ernst nehmen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Affront gegen irgendeinen Verein, wenn ich jetzt gegen Hertha tippe, gegen Hamburg tippe, gegen Bremen tippe. Aber ich kann doch nicht einfach nur, weil ihr Baden-Ofa oder Hamburg-Fans oder Bremen-Fans seid, für euren Verein tippen. Ich tippe immer so, wie ich meine, dass es ausgehen könnte. Ich begründe es ja auch. Von daher passt das, denke ich mal, doch ganz gut. Das erste Thema, das ich reden möchte, und da bitte ich auch um eure Meinung, ist, dass momentan relativ viel Gedusel ist da. Denn die Premier League hat sehr, sehr viel Geld bekommen. Und zwar von der FIFA natürlich TV-Gelder. Das liegt daran, dass die einen sehr komischen Spielplan haben, beziehungsweise natürlich auch 20 Teams sind in der Liga, was ein sehr wichtiger Faktor ist, weil es einfach mehr Spiele gibt. Und dazu noch, über das Wochenende verteilt, mehrere Spieltermine haben. Das heißt, zu mehreren Zeiten. Das heißt natürlich, sind mehr MTV gezeigt. Das heißt, mehr Gelder fließen dahin, zumal die Premier League auch die beliebteste und beste Liga der Welt ist. Die Sache ist jetzt, dass in der Bundesliga, beziehungsweise die Bundesliga hat, glaube ich, das zweitmeiste Geld bekommen. Oder ich glaube, 2, irgendwas Milliarden. Und die haben jetzt gesagt, eventuell müssen wir unpopuläre Maßnahmen treffen. Das wäre beispielsweise, dass es nicht mehr die 15.30 Uhr Anschlusszeit gibt, an der fünf Spiele sind. Wir haben ja mittlerweile schon ein bisschen aufgeteilt. Freitagsspiel, Sonntags zwei Spiele zu verschiedenen Uhrzeiten und dazu noch am Samstagabend das Topspiel. Es könnte aber auch sein, dass wir in Zukunft Montagsbundesliga haben werden oder über den Tag verteilt, damit wir halt mehr Gelder bekommen. Das ist eine unpopuläre Maßnahme unter Umständen. Allerdings muss man dazu sagen, meiner Meinung nach, dass, naja, es ist natürlich scheiße für die Fans. Aber ich weiß nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Mir wird es ehrlich gesagt schon nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe diese 15.30 Uhr Anschlusszeit. Es ist einfach wunderbar, die Konferenz gucken zu können. Ich sehe auch die Bundesliga nicht so in der Riesenrolle. Wir brauchen nicht die Mega-Topstars. Wir sind auch so wunderbar. Wir sind mit am spannendsten, abgesehen von der Premier League jetzt, mit am schönsten anzuschauen. Bei uns gibt es attraktiven Fußball und so weiter und so fort. Wir brauchen nicht die großen Gelder, meiner Meinung nach. Wir sind auch so eine wunderbare Liga. Nicht die beste der Welt, aber das sollte auch nicht unser Anspruch sein, meiner Meinung nach. Und irgendwann werden die Vereine sich soweit etablieren, dass sie eventuell stärker sind als die internationalen Vereine, auch wenn die das Geld haben. Und dann ist immer wieder Diskussion, kann man mit Geld alles kaufen? Augsburg beispielsweise ist jetzt kein reicher Verein. Trotzdem stehen die in der Bundesliga oben, obwohl Teams mit mehr Geld theoretisch vor denen stehen müssten. Das ist immer so eine ganz schwierige Geschichte. Aber ich hoffe einfach, dass die Bundesliga so bleibt, wie sie ist. Dass nicht irgendwie Zeiten verändert werden. Das wäre ganz schön. Ich habe gar nicht mal guck, wie dunkel die Kermis. Ich denke mal, ist es noch in Ordnung. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll weiter. Ich denke mal, das Thema ist damit für mich abgeschlossen. Ich hoffe einfach, dass die Bundesliga sich weiter international etabliert und dass wir dann aber trotzdem keine doofen Anschlusszeiten haben müssen. Das wäre, naja, wäre doof, meiner Meinung nach. So, des Weiteren wurde ich natürlich mal wieder gefragt. Max, was hältst du vom BVB momentan? Und zum Glück hat der BVB diese Woche nicht in der Champions League gespielt, weil dann hätte ich weiteres dazu sagen müssen. Wir hatten diese Woche vier Champions-League-Spiele und zwar Bayern gegen Shakhtar Donetsk. Shakhtar hat das extrem gut gemacht. Ich räume denen sogar Chancen für das Rückspiel eines Bayern. Extrem heimstark natürlich auch und natürlich besser als Donetsk eigentlich. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass Bayern weiterkommt. Aber theoretisch hat Bayern definitiv die Chance, da rauszufliegen, beziehungsweise Shakhtar die Chance, weiterzukommen. Denn die haben auch im Minch-Spiel sehr gut gekämpft. Und sogar Alonso hat Bayern verloren durch ein sehr, sehr dummes Foul in der Situation. Hätte da niemals grätschen dürfen. War auch kein interessantes Spiel so wirklich, weil es keine Chancen gab. Anders als bei Chelsea gegen PSG. Anders als meine Meinung war, obwohl ich ja PSG lieber mag als Chelsea, hat sich PSG deutlich besser verkauft als Chelsea. Die haben sich sehr weit hinten reingestellt. Hatten fast keine Chancen. PSG hat extrem gut verteidigt und hatte da Chancen. Plus haben leider nur einmal getroffen. Hatten viele gute Chancen. Chelsea hatte nur zwei Torschüsse. Und im Endeffekt war es glücklich für die Blues, dass sie da den Punkt, beziehungsweise was heißt den Punkt, die gute Ausgangslage sich geholt haben. Ich glaube, das Rückspiel wirklich hitzig. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Das ist eine 50-50-Situation. Bei Bayern sehe ich das eher anders. Bayern hat für mich 80-prozentige oder 75-prozentige Siegschance. Ja, Real ist für mich weiter. Zwei Auswärtstore wird. Schalke wird nicht weiterkommen. Da bin ich mir relativ sicher. Real ist momentan nicht wirklich in Form. Aber trotzdem haben sie sich ein bisschen nach vorne gespielt. War ganz okay, was sie geleistet haben. Bayern ist nicht das Allerfeinste. Aber ging auf jeden Fall schon ganz gut klar. Ronaldo scheint wieder ein bisschen drin zu sein, was auch ganz schön ist. Und dann gab es noch ein Spiel. Und zwar war das Basel gegen Porto eine sehr, sehr umstrittene Schiedsrichterleistung, die wirklich sehr, sehr scheiße war, ehrlich gesagt. Und ja, Porto steht trotzdem relativ gut da mit dem Auswärtstore. Und ich glaube, dass Porto da weiterkommen wird. Da räume ich so die Chancen. 70-30 ein für die Portugiesen. Übrigens bei der anderen Partie 90, vielleicht 95 zu 5 Prozent für Real Madrid. So, die Euroleague ist auch sehr interessant gewesen. Wir hatten ein paar deutsche Vertreter diese Woche schon dabei. Beziehungsweise ich glaube sogar, ne, nicht alle deutschen Vertreter, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall hatten wir Borussia Mönchengladbach, die unglücklich in Sevilla verloren haben. War lange Zeit überlegen. Haben sich dann aber hinten reinstellen müssen. Beziehungsweise wurden überrumpelt von dem einen Konter, der dann vollendet wurde von Sevilla, dem Europa-League-Gewinner der letzten Saison. Das haben die wirklich gut gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Und danach waren die auch stärker. Gladbach hatte nochmal eine Chance, haben es nicht mehr geschafft, das Tor zu schießen und sind somit in einer relativ schweren Ausgangslage. Ich glaube nicht, dass Gladbach das packen wird. Ich könnte es mir vorstellen. Ich hoffe es für die Bundesliga, weil ich Gladbach auch sehr mag. Beziehungsweise den Spielstil von Gladbach mag. Auch wenn die momentan sehr offensiv schwach sind, was mir ein bisschen auf die Nerven geht. Allerdings ist Sevilla eine Mannschaft, die auswärts ein Tor schießen kann und die wirklich auch die Spiele hat, die gut sind. Deswegen bin ich mir unschlüssig, ob Gladbach da weiterkommen wird. Ich hoffe es, aber ich bin momentan der Meinung, dass Sevilla das packen wird. Und auf der anderen Seite, Wolfsburg hat 2-0 gewonnen gegen Sporting. Die haben sich wirklich souverän präsentiert. Spielen momentan unfassbar guten Fußball. Vor allem Barst-Dost hat sich mega entwickelt. Und ich denke mal, deswegen wird Wolfsburg weiterkommen gegen Sporting-CP. Was haben wir noch für Spiele gehabt? Villarreal hat sich gegen den österreichischen Vertreter Red Bull Salzburg durchgesetzt. Das ist vollkommen in Ordnung. Noch irgendwas Interessantes? Ich glaube, das war es eigentlich, was das Interessante angeht. Ansonsten fast wie erwartet. Ach ja, genau. Celtic gegen Inter hätten eventuell andere erwartet, dass das für Inter ausgehen würde. Aber das war wirklich eine kämpferisch hochwertige Leistung von Celtic. Natürlich mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen Pech verbunden. Das Tor beispielsweise in der 90. Ja, Guillaume macht das einfach klasse. Und das Gegentor in der Kurzverleihzeit zum 3-2 war einfach Gordons Fehler. Aber sowas passiert. Und allgemein finde ich, dass die Spiele sehr unterhaltsam waren. Ich finde es schade, dass jeweils nur zwei Spiele Champions League sind. Ich fand die Konferenz deutlich schöner. Aber so ist es halt. Hat auch was mit TV-Geldern zu tun und so weiter und so fort. Und ja, an sich natürlich eine sehr interessante Ausgangslage momentan in den beiden Wettbewerben. Und ich finde es schön, dass das momentan so spannend ist in diesen beiden hochklassigen europäischen Wettbewerben. Wieder das Wort Wettbewerb. Naja, gut. Alles klar. So, wir sind für die Jahre fast 10 Minuten. Das heißt, wir fangen jetzt mal an mit den Tipps fürs Wochenende. Und ich würde sagen, da schnacken wir nicht lange drum, sondern starten mit dem Freitagsspiel, was heute Abend noch ist. Für mich heute Abend, für euch ist es gestern Abend. Und zwar Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Stuttgart hat das erste Tor der Rückrunde geschossen gegen TSG 899 Hoffenheim. Haben trotzdem wieder verloren durch einen katastrophalen Fehlpass in der 90. Minute von Timo Baumgartel. Auch wenn das, naja, auch irgendwie ein Stellungsfehler war da vom Mittelfeldspieler. Es war einfach unglücklich, aber es war ein klassisches Spiel von Hoffenheim. Ich glaube, dass Stuttgart gegen die erstärkten Dortmunder nicht gewinnen wird. Es gibt aber zumindest Chancen für sie, bin ich zumindest der Meinung. Haben immer das erste Tor geschossen. Ich glaube auch, dass sie jetzt wieder treffen werden. Allerdings wird Dortmund gewinnen und zwar mit 1 zu 2 Schalke. Ja, die müssen sich langsam mal wieder berappeln. Die sind momentan nicht so gut drauf. Jetzt gegen Frankfurt verloren, gegen Gladbach verloren, gegen Real verloren. Bei denen muss mal wieder ein Sieg her. Bremen momentan die Mannschaft der Stunde sehr, sehr stark. Ich glaube aber, dass sie jetzt den... Ich darf jetzt nicht sagen, sie werden den Aufwärtstrend nicht fortwärts. Da werde ich dir sagen, du magst einfach Bremen nicht. Ich glaube, Schalke, weil sie zu Hause spielen, werden das packen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das ist für mich wirklich ein 50-50-Spiel. Bremen ist momentan so saustark. Da habe ich riesen Respekt vor. Andererseits ist Schalke mit dem verletzten Hünteler jetzt. Ich habe, glaube ich, 2-1 getippt bei meiner Tippgruppe. Ich tippe jetzt hier mal ein 1 zu 1. Weil Schalke defensiv so stark ist und Bremen... Weil Schalke zu Hause spielt. 1 zu 1. Wenn ich wetten müsste, würde ich sogar doppelte Chance für Bremen machen. Glaube ich. Oh, das ist ein ganz, ganz schwieriges Spiel zum Tippen. Derby zwischen Mainz und Frankfurt. Warum immer das ein Derby ist, Rheinhessen-Derby, irgendwie sowas, ist mir vollkommen egal. Wird an sich ein interessantes Spiel werden. Mainz mit dem Trainereffekt. Frankfurt momentan relativ stark unterwegs. Wird eine 1 zu 1 werden. Augsburg gegen Bayer Leverkusen. Meiner Meinung nach wird das ein Sieg für Augsburg werden. Leverkusen momentan nicht so stark. Offensiv einfach nicht so durchschlagskräftig. Allgemein mit vielen Fehlern. Und hat man auch gegen Wolfsburg gesehen. Fünf Gegentore. Zwar auch vier Tore geschossen. Keine Frage. Aber ich glaube trotzdem, sie werden gegen Augsburg verlieren. Und zwar mit 2 zu 1. Augsburg wird wieder in die Form zurückfinden und wird nach vorne angreifen. Freiburg gegen Hoffenheim. Freiburg leider Gottes momentan immer noch nicht so stark sehe ich. Sie haben nicht schlecht gespielt. Letzten Spiel, ich glaube sogar. Was war es denn nochmal? Es war ein 0 zu 2 gegen Hertha. Genau, relativ überraschend. Allerdings werden sie den Aufwärtstrend gegen Hoffenheim, glaube ich, nicht fortsetzen können. Hoffenheim hat jetzt gegen Schuttgart mal wieder gewonnen. Und ich glaube auch, dass sie wieder gewinnen werden. Und eventuell sogar langsam von den Punkten her auf internationales Gebiet kommen könnten. Deswegen sage ich da 2 zu 1 für die TSG aus Hoffenheim. Köln gegen Hannover 690. Ich werde es mir mit Lukas angucken, meinem alten Kölner hier im Freundeskreis. Hannover muss wieder gewinnen. Es gibt gar keine Frage. Ich habe schon gegen Hamburg, Paderborn gesagt, das müssen sechs Punkte werden. Ich habe gegen Paderborn gesagt, auf dem wir gegen Hamburg verloren haben. Die nächsten drei Spiele müssen neun Punkte werden. Und auch jetzt sage ich, wir müssen wieder punkten, damit wir da nicht unten reinrutschen. Was ich auf keinen Fall will. Vier Punkte zum Relegationsplatz. Vier Punkte, aber auch nur nach oben. Also theoretisch ist da alles möglich. Also siebter Platz, wenn man mal davon ausgeht, dass Bayern den Pokal gewinnt. Und der siebte Platz dann reicht. Ich weiß es nicht. Köln ist zu Hause nicht stark. Hannover trifft das Tor nicht. Wenn man nicht... Aber... Ich habe ja schon so oft gesagt, wir müssen wieder punkten. Ich weiß es nicht. Ich will es nicht tippen. Ich tippe es natürlich für meinen Verein. Ich denke mal, das ist ganz normal, dass man für seinen Verein gewinnen sehen will. Ich sage 1-0 für Hannover. In einem sehr umkämpften Spiel. Mit sehr wenigen Torchancen. Vielleicht ein Konter. Köln trifft das Tor momentan genauso wenig. Die sind vorne zu schwach, meiner Meinung nach. Auch wenn sie gute Spiele haben. Auch wenn sie gute Spiele haben. Glaube ich, dass Hannover den einen Lucky Punch machen wird. Und zwar mit Stindl. Stindl wird das Tor schießen. Und dann werden wir 1-0 gewinnen. Hoffentlich. Vielleicht. Wer weiß. Vielleicht spielt sogar Jakunan. Wer weiß. Paderborn gegen Bayern. Klare Angelegenheit. 0-4. Wolfsburg gegen Hertha. Auch klare Angelegenheit. 2-0. Und Hamburg gegen Gladbach. Das ist noch eine ganz schwierige Geschichte. Denn... Ich glaube, ich brauche zu Wolfsburg und Bayern nichts mehr sagen. Und Hamburg gegen Gladbach ist schwierig. Hamburg zu Hause, ja, gegen Hannover glücklich gewonnen. Dann gegen Bayern ordentlich auf die Schnauze bekommen. Müssen sich jetzt wieder gut präsentieren. Ob sie dazu jetzt wirklich in der Lage sind, direkt wieder anzugreifen, ist die Frage. Gladbach, ja, sind momentan im Aufwärtstrend. Haben jetzt international verloren. Das wurmt die wahrscheinlich auch. Deswegen werden die alles tun, um zu gewinnen. Ich glaube, Gladbach auch rund der spielerischen Klasse und der spielerischen Überlegenheit und der überlegenen Klasse sozusagen. Einfach, weil sie Hochklassiger sind. Gewinnen die mit 2-0. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hamburg ein Tor schießt. Ich weiß nicht, wer da das Tor schießen soll. Ah, 2-1. Komm, ich sage Hamburg schießt ein Tor. Ich weiß aber nicht, wer es schießen soll. Keine Ahnung. Schreibt mal eure Tipps in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao. Wunderschönen Tag noch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.